Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist die Insolvenzberatung. Die Beratung von Menschen, die in finanziellen Notlagen sind oder auf sich zukommen sehen. Wie kann ich das Recht nutzen, um die Leute nicht die sechs Jahre durch das Verfahren zu prügeln, sondern zu sagen, mit der guten Vorbereitung kriegen wir es auch vorher schon hin und dann gelingt es durchaus häufiger, auch schon außergerichtlich Vergleiche zu finden. Mandanten kommen oft sehr verunsichert zu uns, haben im Grunde mehr Angst als Kenntnisse. Ich verliere mein Haus, mein Familienheim, meine selbstständige Tätigkeit. Das ist aber oft gar nicht so. Und unser Ziel ist, dass sie dann rausgehen und sagen, okay, ich packe das jetzt an, ich weiß, wie es geht. Und dann kommt mir natürlich meiner Berufserfahrung als Banker zugute. Ich weiß auch, wie Banken ticken. Sehr häufig reagieren die Gläubiger wesentlich konstruktiver, als gerade der Unternehmer gedacht hat. Derjenige, der spürt, es reicht wahrscheinlich nicht, sollte lieber zu früh als zu spät in die Beratung gehen. Wenn das dann gelingt anschließend, dann ist das ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Und deswegen macht es auch sehr viel Spaß, solche Fälle herauszufiltern und in solchen Fällen zusammen diesen Weg zu gehen. Ich bin Frank Beck, veranwalt für Insolvenzrecht und derjenige, der Ihnen hilft, aus den Schulden rauszukommen. Ich bin Frank Beck, veranwalt für Insolvenzrecht und derjenige, der Ihnen hilft, aus den Schulden rauszukommen. Ich bin Frank Beck, veranwalt für Insolvenzrecht und derjenige, der Ihnen hilft, aus den Schulden rauszukommen. Vielen Dank.